Ah, ich sollte mal rennen, renn doch mal. Die Mutter hat sich mit dem Teufel eingelassen. Ah, oh, spannendes Spiel. Hilfe, ich komme da nicht mehr raus. Ich glaube, wir sind tot. Äh, ja. Ja. Ja, so. Gut, also das Spiel fand ich gar nicht so schlecht. Mami? Kommt der da drüber? Nein. Oh, doch. Hi. Ja, tötet mich mal, ich wollte gucken. Okay, also wir können den aufhalten, wenn wir Fäden spinnen. Geh mal weg, Mami. Aber wo muss ich denn hin? Hin. Baba Yaga, geh weg. Ach, ich kann das doch nicht so schnell, Leute. Das ist doch albern. Nee, kann ich nicht. Da bin ich jetzt zu nervös für. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hinrennen muss. Okay, wir sind in einem safe room. Okay. Our room. Or my prison. Unser Zimmer oder mein Gefängnis. Examine Mum and Daughter dolls. Okay. 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 Ich will jetzt die Tür nicht aufmachen, weil ich glaube, dass wir dann... Kommen wir denn da nochmal rauf? Oh, nee. Da ist ja gar keine... Hä? Ich verstehe noch nicht so ganz. Ah, okay. Und bevor wir das machen, gucken wir mal in Mama Dorta doll. Ja, ich weiß, es ist doll. Okay. Hat die... Oh, was ist das denn? Es tut so weh, alleine einzuschlafen und aufzuwachen. Also ist die Mutter den Deal mit einem Dämonen eingegangen. Für ihre Tochter, um eine erfolgreiche Schneiderin zu sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wie süß ist das denn? Mutter, Tochter, doll. Ist aber doll. Nee, ist er doll. Aber doch eigentlich dumm, wenn sie... Oh, die hatte die Mutter-Tochter-Puppe gemacht und sie hat sie zerrissen. Und Mami war ziemlich böse mit ihr. Mutter und Tochter, peace at last. Warte mal eben. Warte mal, warte mal, warte mal. Nee, das geht nicht. Okay. A loose board, but there's no way to move it. Sure there is. Vielleicht so? War mein Lantern-Toy? Ach so. Da ist das aufgegangen. Well, if I have a Lantern and a closed door. Hä? Ah, okay. Oh, wir machen Magie. Magie. Wir machen Magie. Na klar. I'm getting better this. Ich muss nur besser weglaufen werden, aber das geht leider bei mir nicht, weil ich in solchen Momenten immer panisch werde. Guck mal, wir können sogar den Faden draufklettern, wie geil ist das denn? Ich würde gerne das Bild haben. Wieso können wir das denn nicht? Hä? Wieso können wir das denn nicht anfassen? Ah, jetzt. Okay, okay. Ich war zu weit weg. Wait, this is just like the lanterns in the hall. She remembered. Okay, sie hat sich... Oh, warte mal. Das sieht ja genau aus wie die Laternen in der Halle, erinnert sie sich. Okay. Also sie hat sich diese Laternen schon als kleines Mädchen. Ey. Hallo. Was haben wir jetzt gemacht? Oh. Nein, das Spiel hackt. Warum das denn? Ich habe doch nur vertippt. Ich glaube, man darf sich hier nicht vertippen. Nein, bitte nicht. Holt E. Ich hole E, aber es geht nicht. Warte mal eben. Ähm. Nee, funktioniert nicht. Shit-Kram. Das Spiel steht. Äh. Weiß nicht, wohin. Oh, ich müsste mal umschalten, glaube ich, ne? Ups. We can fix this together. Ja. Ah, er wird mich nicht bemerken, wenn ich langsam gehe. Die kann man nichts machen, ne? Nee. Ja, was ist denn jetzt? Also wir müssen uns an ihm vorbeischleichen. Das haben wir ja raus. Ich glaube, wir müssen da hinten in den Raum rein. Aber wie? Aber wie? Hä? ich bin ja hier rauf jetzt looking everywhere von mir wie da kommen wir jetzt nicht her hallo geht immer runter mädchen ach so nene wir stecken schon wieder fest ok er guckt jetzt die treppe rauf ist aber ziemlich groß hässlich aber jetzt kann er sich bemerken weil wir schleichen ok also bleiben wir so ok also müssen denke ich in den blauen raum rein wo das licht ist ohne dass er uns bemerkt wie soll das denn funktionieren unser safe room ist weg sobald wir hier rüber gehen wechselt der irgendwas machen nö ganz nix machen also ist da oben rauf gehen wir dann sich wieder dahin hin 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 beginnst irgendwie sind meine stimmen da seid irgendwie trocken ich kann nicht erklären warum siehst du siehst du hatte mal da kommen wir da rein kommen wir da rein da kommen wir aber nicht lebend raus ok there is no way out keine ahnung wie sollen wir denn da durchkommen ja ich finde mal was also ich habe sonst den schiff gedrückt ist auch schön also wir müssen auf jeden fall crouchen so wir können da oben einmal zu machen ach scheiße ach man ja du bist hässlich alter die maske ist billig ja wir haben einen euro shop gekauft sei doch mal ehrlich du vollpfosten ja ich crouch ja schon so wie kommen wir denn jetzt wo müssen wir denn hin nicht rein das nicht hier bin ich keine ahnung also wir müssen also oben also hier oben rechts wenn wir was absperren mit unserem heiligen faden hier können wir nichts machen so wenn wir da oben rauf laufen der kriegt uns ja trotzdem das hält ihn ja nur kurz auf so in den raum da hinten rein ist quatsch weil dahinten ist die tür zu jetzt ist die frage wie kommen wir in den raum rein ohne dass er uns bemerkt das ist ja die frage ich glaube ich mache das nächste woche ich habe echt gesagt keinen bock aber ich finde es spannend auf der einen seite habe ich ja so dass jetzt schon das spiel siehst du jetzt looking everywhere for me there has to be exit somewhere you can't get enough es muss einen ausgang geben irgendwo ja aber den müssen wir erst mal öffnen halt geht er da die treppe rauf oder kommt er hier rauf hallo ich bin hier oben hallo jetzt habe ich vertan gut schneller runter ach so scheiße wir müssen gleichzeitig die tür aufschießen dumm ist das denn okay also der findet uns auch nicht okay machen wir das denn gut und danke übrigens merkwürdig aus ja also ich habe im moment keine ahnung das tun echt leid okay also diesmal uns nicht gekriegt also müssen von dem feuer dahin was so blau leuchtet müssen wir die tür aufschießen dazu müssten wir ihn aber da weg kriegen das ist ja das dumme aber wie keine ahnung er kommt jetzt hier rüber wenn es ja diese vorahnung entscheidend seile noch da ist noch da ja und das liebe kinder den wir beim nächsten mal wenn es heißt scheiße das monster greift mich an ok mal gucken ob er uns findet ist jetzt zwar albern was ernst gemeint wenn ja aber pech das wäre die einzige möglichkeit dass wir ihn erschrecken durch das seil durchgehen und er sich dann irgendwann wieder dahin stellt weil sonst kommen wir an dem nicht vorbei wer gibt es meine hocke immer mal wir können euch lörken das ist das problem ich glaube er steht direkt da hat aber das ist er hat sich beruhigt safe nee er hat sich nicht beruhigt upsie wir können hier sehen ich hoffe es okay ich wollte mal eben eine beruhigung sekunde ich weiß dass albern aber mich ich spiele solche spiele wo ich schnell sein muss das ist so deswegen spiel auch keine ego shooter oder sowas das ist ich würde das gerne mal spielen aber ich habe da keine ruhe für ich werde wie ihr seht oder hört ihr seht ja noch total hektisch und total war genau das ist leider so so und deswegen müssen wir jetzt noch mal gucken resumen gerüttente gehen wir knien wir gehen jetzt einfach gucken es geht nicht anders aber wenn wir leise gehen passiert uns ja nichts wurde uns versprochen falsche äh Jetzt musst du nur wissen, wo der Typ hockt. Ich renne jetzt einfach, das ist mir egal. Oh, ich glaube, wir sind sicher. Wir müssen da hinten hin, ne? Ja, wir haben es geschafft, ich wollte nochmal sagen, wir haben den Dämonen besiegt. Ich nenne mich mal Hero. Okay, also, wie machen wir das denn jetzt am besten? Oh, super, wir müssen einmal hier, denke ich mal. Und dann... Ah! Ah! Okay. Okay. Also, ich finde das Spiel Hammer. Ganz ehrlich, das ist wunderschön. Wir sind aber immer noch nicht weitergekommen mit der Geschichte der Mutter. Also, die Mutter ist Schneiderin und... Oh, hier ist aber... Wie? Das bin nicht ich. Das ist das Spiel. Das ist die Energie hier in dem Spiel. Ähm... Wir sind jetzt da runter, glaube ich. Geh da? Geh ich mal von aus. Oder? War das jetzt falsch? Ein Webstuhl. Genau. Wir müssen die... Im Prinzip, wir sind ja am Todestag oder zum Tod der Mutter hergekommen und wir müssen jetzt im Prinzip ihr Rätsel lösen. Okay. Aber wir müssen das Plateau runterkriegen. Geh ich jetzt mal von aus. Genau. Da oben kommen wir jetzt nicht mehr drauf. Oder hätten wir da was machen können? Ich blödmann. Ähm... Ah! Da geht's nur in die Tiefe. Was ist das denn jetzt? Ich glaube, wir hätten das wegbrennen müssen mit der Energie da oben. Kann das sein? Aber da waren irgendwo... Okay, wir hätten jetzt auch nicht geguckt. Einen Ankerpunkt oder so, ne? Ich hab jetzt wirklich Angst, dass wenn wir... Oh, danke. Gut. Ich glaub, wir haben uns... Ich hab mich da versprungen. Genau. So, wir sind jetzt hier. Der Dämon ist schon wieder weg. Ist ja schade, dass man die Welt nicht so ein bisschen sich anschauen kann. Mami ist noch da? Ne. Achso, wir müssen... Oh! Das ist natürlich jetzt blöd. Aber ich glaub, wir kommen da drüber, oder? Kommen wir da drüber? Oh, das ist jetzt dumm. Warte mal, kriegen wir das nochmal hier hin? Oh, das ist jetzt aber sehr dumm. Äh... Können wir da drauflaufen? Jo. Wir kommen hier nicht hin. Shoot! Alter, das ist aber blöd gemacht. Äh... Woopsie! So geht's! Oh! Da ist das Spiel aber abgekackt. Ja, das wollten wir aber nicht. I think she wants to tell me... I can move this platform. Moment. Also ich mag die Idee des Spiels einfach. Weil das ist ganz brav. Ganz ruhig. Hat auch eine schöne Grafik. Um ehrlich zu sein. Und die Musik ist angenehm. Ah, von hier oben geht das. Ah! Okay, also wir müssen ziemlich aufpassen. Wir müssen hier mit Nadel und Faden arbeiten. Um es dann wieder nach oben zu kriegen. Ey! Mein Gott, ist das Spiel schön. Wow, wir müssen da rüber. Ich weiß, Mutti, ich komme. Ah, wir müssen da Stoff zusammennähen. Wie schön. Ja, ich mag das Spiel. Ja. Auch wenn ich gerade am Fluchen war, wegen des Dämons. Ist ja nicht schlimm. Hört ihr dazu. Wunderschön. Wunderschön. Wir sind jetzt Schneider. Okay. Und entweder müssen wir nun das Geheimnis der Mutter lüften, oder wir müssen den Dämonen besiegen. Das kann das auch sein. Mami, what is everybody have a bomb? Äh. Wo muss ich denn hin? Und da bin ich gekommen. Ach, da oben rauf. Ah, okay. Was filmt man, ist wirklich diese Energie, die hier im Raum ist? Also hier in dem Spiel. Ja. Schön. Schön schön schön. Okay. Okay. Tadadam. Obwohl das sich sehr wiederholende Musik ist, finde ich die ehrlich gesagt nicht anstrengend. das finde ich sehr schön das hat man super gelöst musik ist wirklich schön ja ich rede gar nicht viel weil ich das gerade schön finde oder wirklich toll finde was denn müssen wir jetzt hierhin nee da waren wir doch gerade ist mir dahin dahin müssen wir wo bin ich bloß trophäen der mutter wie konnte sie all das schaffen ja sich dem verschreiben aber wie konnte sie das alles umsetzen schaffen richtig oh ist das bin ich das ah die bilder also mama das haben wir schon mal gesehen das bild da ist er guck mal da der typ da oben das bild das gezeichnete wir als kind haben das gezeichnet das ist dieser dämon der uns verfolgt auch mutig was hast du denn gemacht nur um erfolgreich zu sein oder vielmehr ja typisch ne ist mit der meinung braucht mehr geld vielleicht brauchen wir gar nicht mehr geld jetzt hätte man einfach nur ein bisschen mehr was anderes gebraucht er weiß das so genau das werden wir rauskriegen glaube ich schön die grafik ist ja wirklich ein traum also muss man ganz ehrlich sein ist wunderschön gezeichnet gemacht ist gezeichnet soll ich habe ich war noch ein schluck kaffee sekunden bevor jetzt aber das monster kommt mich tötet während ich mein kaffee entschütte ich weiß gar nicht ob das ein volles spiel ist ich glaube nicht ich glaube das ist eigentlich eine demo version also ich mich jetzt nicht irre okay dann gehen wir mal weiter und alles schließt sich immer hinter uns schöne in der welt des dämonen oder in der toten welt ist ja auch noch eine frage da kann ja auch sein dass wir in der toten welt sind oder das ist die welt des dämonen also dieser kreatur ich gebe sage jetzt einfach mal sind dämonen der anscheinend unserer mutter geholfen hat erfolgreich zu sein bambu ja wenn minecraft spielt geht doch bambus mami what is it everybody have a bomb credits credits creative director joy 10 producer milo mini smiley das war schon das war ja spontan schnell ja finde ich jetzt mal aber schön jetzt los continue game quit game das war's also wenn man einmal kurz continue game mom's greatest workshop i guess it's time to learn the truth ne the truth hat es jetzt gar nicht gesagt upsie wir sind gestorben doch to learn the truth ah das ist ja auch blöd das eine demo version habe ich auch nicht gesagt machen wir dann nochmal ok ich denke mal da hinten geht es weiter das geht aber nur weiter wenn wir das spiel kaufen da hat aber einer nicht präzise genäht werden sie mal hat sind aber billige nähte hier er geht ja ja nicht wie das ist das haus oder ist doch schluss dachte wir können wir eben kurz rum gucken grün wo kann man nicht schade bau ja ja war doch mal ein schönes kurzes spiel finde ich ist aber glaube ich in dem wo wir sind schon gleich nochmal nach ich gucke nochmal nach aber ich glaube das ist die demo version years games artscenter probabob ich gucke mir nach ich schalte mal um und